Schwitzen in der Sauna ist in der kalten Jahreszeit beliebt. Neu- und Wiedereinsteiger sollten es im Schwitzraum aber nicht übertreiben. Wer zu lang oder zu heiß schwitzt, riskiert nämlich Herz-Kreislauf-Probleme. Anschwitzen am besten bei milden Temperaturen um die 70 Grad. Zuoberst ist es am heißesten. Deshalb lieber eine Stufe tiefer schwitzen. Viel Wasser beim Aufgießen ist auch heikel. Die höhere Luftfeuchtigkeit belastet den Körper zusätzlich. Wer Mühe hat, darf die Sauna natürlich vor Ablauf der 15 Minuten verlassen.